Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Akadal, Meister mit dem Let's Play von Holiday Island, einem Spiel von, äh, jetzt wollte ich gerade Bluebyte sagen, weil Bluebyte waren ja die, die unter anderem die verrückte Rallye gemacht haben, ähm, äh, ein Spiel von Moritz Bär, Nils, Kokellick, Link, Link, äh, Rainer, Rainer, Michael, Rainer, hey Rainer, hey Nils, hey Moritz, naja, auf jeden Fall, ähm, ein Strategiespiel, eine Wirtschaftssimulation, eine Inselsimulation, das eher weniger, man verwaltet im Grunde genommen eine Insel und macht da ein tropisches Ferienparadies, und, ähm, wir haben mehrere Auswahlmöglichkeiten, wir können den Schwierigkeitsgrad einstellen, soweit ich das auf den ersten Blick gesehen habe, beeinflusst das vor allen Dingen, wie viel Kredit wir aufnehmen können, und ich lasse es deshalb auf leicht, weil wir werden ziemlich viel Geld brauchen am Anfang, ähm, wir starten sowieso mit einem Minuskredit, weil alles Geld, was wir haben, ist geliehen, am Anfang, und wir müssen das nach und nach dann wieder zurückbezahlen, damit wir in die schwarzen Zahlen kommen, aber das wird eine ganze Weile, glaube ich, eher nicht passieren, weil ich, äh, weiter investieren möchte. Ich glaube, auf leicht können wir 20 Millionen ausleihen maximal, am Anfang haben wir 10 ausgeliehen, das heißt, wir können auch 10 weitere ausleihen, und, ähm, auf normal ist es auf jeden Fall nur 10 Millionen, äh, und auf schwer sind es halt, äh, wahrscheinlich 5 Millionen oder sowas. Ähm, das erste Mal, als ich das gespielt habe, habe ich mit null Computergegnern gespielt, allein um herauszufinden, wie das Spiel überhaupt funktioniert, weil ich finde, das Spiel ist sehr undurchsichtig, was, ähm, die Abhängigkeiten betrifft, meines Erachtens irgendwie, weil es gibt, ich habe verschiedene Aussagen gelesen von, es gibt, äh, ärmere Urlauber, die quasi nicht so häufig in den Juwelierladen gehen, und das stimmt auch, aber wie das mit den anderen Attraktionen und Gaststätten zu tun hat, wie das genau aufgedröselt ist, da findet man auch im Handbuch keine Informationen darüber, also ich war sehr, sehr konfus, wie das Spiel eigentlich richtig laufen soll und was man am Anfang machen sollte, und es gibt viele verschiedene Strategien, anscheinend, die andere verwendet haben, aber ich zeige jetzt mal eine, die mir persönlich geholfen hat, zumindest über die, äh, nicht ins Negative zu rutschen, und, ähm, ja, wir haben die Auswahl zwischen einem war toll, ähm, dann spielen wir, glaube ich, auf einer Insel, die umgeben ist von Land, ähm, glaube ich. Äh, eine Inselgruppe, das ist der Standard im Grunde genommen, man kriegt mehrere zufallsgenerierte Inseln, verschieden groß, mit Strand oder Bergen oder was auch immer, und da gibt es noch eine Insel, dann hat man quasi nur eine große Insel. Ich werde das erste Mal mit Computergegnern spielen, weil dann kann ich sabotieren, um das mal dann später zu zeigen, ich hoffe, die werden mir nicht zu sehr ins Handwerk pfuschen, weil wenn sie es tun, dann, äh, könnte mein ganzer Plan, äh, ruiniert werden. Und, ähm, das Relief des Landes lasse ich auf, äh, flach, bergig, wie es halt so, wie es so sein könnte. Besser wäre eigentlich für mich flach, tatsächlich. Ähm, warum sollte ich das dann nicht auf flach stellen? Obwohl, na gut, das ist eine Herausforderung dann. Äh, die Landmenge lassen wir mal auf mittel, oder ich kann noch ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr Land wäre nicht schlecht, tatsächlich. Und Flüsse, Flüsse sind eher nervig, ich mag sie nicht sonderlich gerne, aber ich, ja, ich, sagen, wir sagen mal, keine Flüsse, es gibt keine Flüsse in dieser Welt. Und, äh, da belassen wir das dann einfach mal. Zugedies Let's Play. Und da fliegt so ein kleines computeranimiertes CGI-Männchen, die HRM1 fliegt auf zur Insel, um dort, äh, zu den Inseln, um dort, äh, das Ferienparadies des Lebens zu ergründen, äh, zu bauen, ergründen. Habe ich die Sound-Effekte ausgestellt? Oder gibt es die gar nicht? Oh, wir haben eine Insel entdeckt. Eine Insel mit zwei Bergen. Ein Looping. Er muss natürlich zeigen, dass er es kann. Auf dieser Insel würde ich ehrlich gesagt nichts bauen, es gibt nur Strand. Man kann da was bauen, aber... Sunflowers war es. Ey, danke, dass du mir das nochmal zeigst. Sunflowers. Good old sunflowers. So, jetzt haben wir hier das Meer. Jetzt suche ich mir mal eine Karte aus, äh, eine Insel. Ich pausiere das Spiel, kann ich da was machen? Natürlich nicht. Toll. Okay, ich brauche eine Insel, die halbwegs groß ist. Und die am besten nicht mit irgendeinem anderen Land verbunden ist. Das ist zu klein für mich. Das da könnte vielleicht gerade so passen. Es gibt zumindest viel Strand. Die erste Inselstation auszuwählen ist nicht unwichtig. Ist auch schon fast zu groß für meine Verhältnisse. Für das, was ich machen möchte. Vielleicht bauen wir auf dieser kleinen Insel. Je heller das Grün ist, desto höher sind dort die Berge. Also wäre das hier eigentlich ein guter Ausgangspunkt, fast schon. Okay, gucken wir mal. Mit der rechten Maustaste bewege ich mich hier so drüber. Ich kann natürlich auch die Falltasten benutzen. Und ich suche mir hier irgendwo ein Strand und flaches Gelände möglichst in der Nähe. Weil am Anfang werde ich das vor allen Dingen brauchen. Das hier sieht ja wie eine machbare Ecke aus. Aber ich glaube, das ist die Ecke, wo ich anfangen werde. Okay. Wir brauchen einen Strand. Der Strand, wo die Urlauber dann baden gehen, ist nur hier auf der Höhe von drei Mühnen Meter über dem Meeresspiegel. Soll das wahrscheinlich heißen. Und erst ab der dritten Ebene, in der Höhe von neun, kommt das Grasland. Bei sechs und drei ist noch Strand. Aber nur bei dreier Strand legen sich die Leute hin. Auf dem sechster Strand machen sie das nicht. So, das erste, was wir machen werden, ist, wir werden Hotels bauen. Es gibt Kaschem und Platenias, das sind die Besseren, die mehr Miete einbringen, mehr Leute fassen können. Die können 120 anstelle von nur 100 fassen. Kostet natürlich mehr, kostet mich 1.200.000. Und davon werde ich jetzt zwei Stück bauen. Ich brauche sie sehr nah am Strand, weil das ist wichtig für diese Gebäude. Warum nicht? Da eins hin und da eins hin. Erstmal zwei Hotels. Und dann baue ich Straßen. Erstmal, dass wir überhaupt was in Gang bringen hier. Und was wir auch brauchen werden, ist Klär- und Müllanlagen. Ich werde das Land ein bisschen absenken hier, damit ich ein bisschen mehr Platz habe zum Spielen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Kraftwerk. Ich werde versuchen, das möglichst in der Mitte zu platzieren. Fernab vom Geschehen. Kläranlage. Und eine Müllkippe. Das sind die drei Sachen, die man definitiv braucht. Egal wie groß die Insel ist, weil sonst müllt die Insel voll. Das ist alles ein bisschen krude, was ich jetzt erstmal mache, aber so ist es am Anfang meist. So, dann machen wir natürlich auch ein paar ansprechende Sachen, die die Leute hereinlocken. Die Palmbar ist zum Beispiel etwas sehr Gutes, was man auf jeden Fall bauen sollte. Ich baue gleich zwei Stück davon. Dann noch Tennisplätze. Ich werde nachher erklären, warum ich das alles mache. Wir haben ja Zeit genug eigentlich. Jetzt habe ich ein bisschen Geld verloren, indem ich hier dumm gebuddelt habe. Man kann das nicht rückgängig machen und das Geld wiederkriegen. Das erinnert mich sehr stark an Transport Tycoon, wo man ja auch das Land so hoch und abheben kann. Und je höher man das hebt oder je tiefer man buddelt, desto teurer wird das, weil man auch das umliegende Land wegbuddeln muss. So, Palmbar haben wir jetzt. Zwei Stück Tennisplätze. Können die noch einen zweiten bauen. Und Baywatch-Türme? Nein, die nicht. Den Surferlei werde ich auch bauen. Den kann ich sogar auf dem Sand bauen. Ich baue auf Sand. Aber ich sehe da gerade was. Ich habe keinen direkten Weg da runter. Deshalb muss ich das Land hier noch ein bisschen absenken. So, ich mache die Straße hier runter. Und baue dann Sport, Sport, Surferlei, Surferlei und Strandkörbe. Die sind unter Attraktionen. Davon baue ich auch mal zwei Stück. Und Parks könnte ich, glaube ich, auch schon brauchen. Ein Dolly Park vielleicht. Setze ich mal da hin. Verbinde die Straßen hier miteinander. Und dann haben wir was. Dann haben wir ein grundlegendes Layout. Die Leute müssen natürlich kommen. Wir können entweder Häfen oder Flughäfen bauen. Damit die Leute herkommen. Ich werde einen Flughafen bauen. Möglichst ab vom Schuss. Noch reicht mein Geld aus. Das ist gut. Ich habe noch vier Millionen. Der Palm Airport. 400 Urlauber können da herangekarrt werden. Warum nicht da hin? Warum nicht? So, natürlich die Straßenverbindung herstellen. So, und jetzt sind schon viele Sachen gebaut worden. Die recht schnell dastehen, wie die Palmbar. Aber das Hotel braucht noch 108 Tage. Das hier braucht 107 Tage. Hier oben rechts sehen wir, wie die Tage vergehen. Der Dolly Park ist in acht Tagen schon fertiggestellt. Kläranlage, Müllkippe und Kraftwerke sind auch schon da. Diese drei braucht man. Der Müll muss entsorgt werden. Das Wasser muss geklärt werden oder gesäubert werden. Und natürlich braucht man auch Strom für die ganzen... Für die Elektrizität der Hotels und Strandkörbe. Natürlich wahrscheinlich auch für den Flughafen. Auf jeden Fall braucht man das. So, der Park ist auch schon da. Er fasst 150 Urlauber. Das steht unter Auslastung, wie viele Leute da rein können. Und ich hoffe mal, wir werden dann alles auslasten. Was wir auch schon machen könnten, wäre vielleicht eine Villa zu bauen. Die sollte, wie alle Gebäude, Hotels und Häuser, sollte man in der Nähe vom Strand bauen. Und möglichst auch ein bisschen Platz für die Sachen lassen, dass da ein bisschen Grünfläche dazwischen ist. Weil das mögen die Leute. Dann kommen da mehr Leute rein. Ich werde mir noch ein bisschen Baufläche verschaffen. Das kostet jetzt 100.000, weil ich auch noch einen Rest von dem anderen Berg wegnehmen muss, damit das da abgesenkt wird. Und unter unseren Finanzen können wir dann hier unsere Kredite, können wir Geld leihen. Immer, das geht immer in 500.000er Schritten. Also 500.000 leihen oder 500.000 tilgen. Momentan haben wir Schulden von einer Million, von 100, äh, von 10 Millionen. Und das ist eben der Anfangskredit, den man immer hat. Zumindest auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad. So, ich hoffe, hier hat sich keine andere eingenistet auf dieser kleinen Insel vom Gegner. Hier hat sich einer hingesetzt. Aber bis jetzt wirklich nur einer. Der hat eine Jolly Good Hut gebaut. Besitzer ist Sigrid. Hm. Und sie baut auch ein Hotel Platania. Die KI ist ein bisschen merkwürdig da drin, wie sie Sachen baut. Also die kann auch was vollkommen Bescheuertes machen. Die KI gilt nicht gerade als eine der Stärken dieses Spiels. So. Einen Hafen werde ich nicht bauen, so wie sie. Ich habe einen Flughafen. Das finde ich irgendwie cooler. Da muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Erstmal, weil die Häfen sind alle kleiner. Wir können einen kleinen Hafen bauen, für 50 Urlauber, die kommen. Einen mittleren für 100. Und ein Äquator, der schon vielfältig groß ist, für 200 Urlauber. Also müsste ich zwei von diesen größeren Äquator-Häfen bauen, um dieselbe Menge an Leuten reinzuholen, wie bei einem einzigen Palm Airport. 49 Tage. Momentan kostet mich alles Geld. Es war ja nicht dumm, dass ich das gleich gebaut habe. Jetzt kostet mich so eine Palm Bay im Monat 60.000, ohne mir irgendwas einzubringen. Der Sportplatz kostet mich 5.000. Der Park noch 3.000. Strandkörbe 5.000. Surfverleih 1.500. Das ist das Billigste. Ich werde mal die Geschwindigkeit nach oben drehen. Die Geschwindigkeit auf Maximum. Ist schon ziemlich hoch, aber ich höre das noch ein bisschen mehr. Momentan verlehe ich massig Geld. Es ist übrigens der 8. Juli 1996. Da fängt das Spiel an. Ich könnte vielleicht hier auch versuchen, den Strand ein bisschen erreichbarer zu machen für die Leute. Damit sie Spaß haben am Strand. Kostet natürlich immer 50.000. So, die Hotels sind fertig. Sehr gut. So, dann werden wir gleich mal die Auslastung sehen. Ich habe nur noch 600.000. Nachrichten gab es noch keine. So, es kann sich bloß noch um Sekunden handeln, weil ich weiß nicht, inwieweit das Spiel aktualisiert immer die Sachen in bestimmten Intervallen. Es kann sein, dass wir gleich sehen, wie viele Leute da drin sind oder reinkommen oder nicht. Das geht auf einen Schlag in der Regel. Dann sieht man, hup, alles ist ausgelastet oder nur halb ausgelastet. Aber das passiert nicht sofort. Es gibt irgendein Intervall, was da im Hintergrund abläuft. Weil jetzt ist ja eigentlich alles da. Eigentlich müsste es jetzt laufen, aber es dauert eben eine Weile, bis der Intervall greift und man dann sieht, was passiert. Ob man Erfolg hatte oder nicht. Das ist immer so ein spannendes Warten. So, wird das jetzt alles grün oder nicht? Weil das rot bedeutet, die Dinger sind überhaupt nicht ausgelastet. Das ist schlecht, dann sind wir im Minus. Gelb ist so gerade die Mitte, wo wir nichts einnehmen, aber auch nichts verlieren. Und da haben wir was. Und grün ist gut. Hier sind 114 Urlauber schon drin, im Hotel Platenia. Sehr gut. Und da sind auch schon die ersten Urlauber, die es sich am Strand bequem machen. Dieses Hotel ist noch nicht so ganz gefüllt. Nur 94, aber es macht schon einen Gewinn. Wir haben Einnahmen von 97.000 und Kosten von 93.000. Es ist zumindest noch nicht negativ. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass sich die anderen Sachen hier aktualisieren. Damit ich da auch Einnahmen kriege. Ja, okay. Nicht alles grün, aber das meiste. Surf ist nicht grün. Das heißt, wir werden wohl im Plus sein. Die Bilanz zeigt mir an. Laufendes Jahr. Das sind unsere Einnahmen. Die Ausgaben sind natürlich viel höher, weil ich viel gebaut habe. Und das fließt auch mit in die Bilanz hinein. Wir haben schon ein paar Einnahmen. Durch Hotels, Gaststätten und sonstige Gebäude. Müllkippen und Kläranlagen und Kraftwerke sind zu 200 ausgelastet. Also im negativen Bereich. Aber das kostet mich nicht so viel. Das kostet mich jeweils 3.000 Euro Verlust oder Mark. Damals noch Mark. Die Qualität der Insel ist bei 95%. Es gibt 208 Urlauber. Der Flughafen ist nicht ganz ausgelastet. Da machen wir auch Verlust. Aber das meiste bringen mir die Palmbars ein. Die bringen mir 24.000 an Gewinn. Aber sie sind nicht ganz ausgelastet. Der Park ist auch nicht ganz ausgelastet. Strandkörbe auch nicht. Was fehlt denn noch? Wahrscheinlich Häuser. Ich sollte vielleicht ein paar Häuser bauen. Dann baue ich meist die Wilden. Weil die bringen am meisten einen. Und setze ich doch mal eine Villa hier hin. Eine kann ich mir gerade nur leisten. Wir können noch ein bisschen Werbung machen. Werbekosten im Monat. Sehr wenig. Aber das kostet mich 12.000. Ich glaube das kann ich mir noch gar nicht leisten. Mein Ruf ist in gelb dargestellt. Es gibt einen der besseren Ruf hat als ich. Aber dessen Ruf sind auch schon. Meiner steigt. Der Flughafen hat eine Auslastung von 112. Warum so wenig? Ich brauche noch ein Hotel. Oder? Ne. So. Was man jetzt eigentlich macht ist man guckt auf die Auslastung der verschiedenen Bereiche. Es gibt Häuser. Es gibt Hotels. Es gibt Gaststätten. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt Sportanlagen. Attraktionen. Und Parks und Palmen. Und den Fahrzeugverleih nicht zu vergessen. Ich glaube den habe ich noch nicht. Den werde ich auch mal bauen. Ich brauche jetzt ich verleihe jetzt Fahrräder. Und die fahren dann hier auch schön animiert über die Straßen. Bis dann die Autos kommen. Dann werden sie alle verdrängt. Was man jetzt eigentlich macht. Wo ist es? Finanzen. Gebäudeübersicht. Und da sieht man all seine Gebäude. Und wie die Auslastung ist. Auch der Zustand. Aber erstmal die Auslastung. Sport habe ich noch gar nichts. Ja das ist ja schlecht. Wieso nicht? Ich habe doch Tennis. Plätze und Surferlei. Verstehe ich nicht. Warte. Ah ne das ist Einkaufsmöglichkeiten. Ich depp. So. Surferlei ist auch. Da müssen wir nichts Neues machen. Das ist noch nicht ausgelastet. Strandkörbe sind auch noch nicht ganz ausgelastet. Der Dolly Park ist ausgelastet. Okay Einkaufsmöglichkeiten. Da werde ich auf jeden Fall einen Laden bauen. Erstmal. Der Dolly Park ist voll ausgelastet. Das heißt wir brauchen einen weiteren Park. Aber ich habe nicht genug Geld. Ich muss mir Geld leihen jetzt wieder. Ich leine mir mal eine Million. Ich baue einen weiteren Park hier hin. Und da kommt schon ein Flieger angeflogen. Hey die Urlauber sie kommen. 108. Warum sinkt das? Ah wahrscheinlich weil hier die Baustelle nebenan ist. Und solange da gebaut wird. Sind die Leute ziemlich genervt vom Lärm. Logischerweise vom Baulärm. Aber wenn das fertig ist dann ist das. Nicht mehr so ein Problem. Wir müssen das bloß eben abwarten. Ich beziehe mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Geräusche habe ich aktiviert. Ich höre noch nichts. Vielleicht muss ich das Spiel nochmal neu laden oder so. Ja. Es ist so. Wenn in der Nähe etwas gebaut wird. Dann bemerken die Leute das. Und sind eben kurzfristig. Während der Bauarbeiten angepisst. Und man sollte auch möglichst die Flughäfen und Kläranlagen. Kraftwerk und Müllkippen nicht in der Nähe von Häusern bauen. Weil das nämlich auch einen negativen Effekt hat. So wie ich das verstanden habe. Auf die Leute die dann in so ein Gebäude daneben einziehen wollen. Also wenn hier ein Hotel wäre. Dann wollen die Leute nicht so gerne da einziehen wollen. Wie wenn das hier wäre. Ich könnte denen allerdings einen etwas besseren Strand zur Verfügung stellen. Ich glaube das geht so in fünf Feldern. Die Reichweite von Gebäuden ist glaube ich fünf Felder. Je mehr Strand da in der Nähe ist, desto besser. Wir können auch Strand aus dem Meer heben. Allerdings kostet das eine Million. Um ein Wasserfeld in ein Strandfeld umzuwandeln. Also sehr teuer Wasser in Land umzuwandeln. Hey, das Hotel ist komplett besetzt. Und hier sind jetzt auch wieder ein paar mehr drin. Wahrscheinlich weil ich den Strand hier erweitert habe. Und das mögen die Leute. Und wie man sieht, die legen sich hier auf der untersten Ebene ab. Gerade so am Strand. Es ist auch nicht so wichtig, wie weit das Meer wirklich entfernt ist. Es muss bloß hier drei Meter hoch sein. Und das ist dann automatisch ein Strand. Drei Meter sind automatisch auch ein Strand, aber ein erhöhter, wo sich die Leute nicht niederlassen. Und ab neun geht es dann hoch mit dem Grasland. Man kann bestimmte Gebäude nur auf Grasland bauen. Wie zum Beispiel die Zeltplätze. Die ich jetzt vollkommen ignoriert habe. Denn ich baue nur das Beste. Vorerst. So, der Laden ist fertig. Der Fahrradverleih hat auch schon 168er Auslastung. Kriegen wir auch schon 10.000 ein im Monat. Und der Park ist auch fertig, der andere. So, und jetzt wird sich die Last von diesem Park auf diese beiden verteilen. Jetzt wird sich zeigen, ob beide noch im Gewinnmodus arbeiten oder ob das dann schon bei dem Verlustmodus sind. Weil es sich ja aufteilt. Die 150 oder vielleicht sogar mehr. Es könnten auch schon 200 sein. Dann verteilen sich halt 100 auf den einen Park und 100 auf den anderen Park. Und so ist das eigentlich mit allen diesen Obergruppen, sage ich mal. Das hier sind die Parks- und Palmen-Gruppe. Und dann gibt es die Attraktionen-Gruppe. Also diese ganzen Bereiche, Gaststätten. Also wenn man Eisstände bauen würde, teilen die sich das auf mit der Palmbar und mit der Cocktailbar und dem Waterburger. Die verteilen dann quasi alle Urlauber auf diese Gebäude. Und man sollte sich möglichst die Gebäude sammeln. Hier ist eine Bilanz. Die Gebäude errichten, die am meisten Geld versprechen. Und das ist zum unter anderem die Palmbar. Weil wenn die einigermaßen ausgelastet ist, bringt die mir schon 20.000 ein. Das ist sehr gut. Besser als Strandkörbe. Die sind fast voll ausgelastet. Bringen mir gerade mal 10.000 ein. Ist auch nicht schlecht. Surfen ist nicht so gut, weil die bringen mir gerade mal 250 ein. Obwohl die nicht ganz ausgelastet sind. Aber trotzdem, da kriegt man nur sehr wenig Geld für. Surfen. Das gehört zu den Sportanlagen. Eigentlich könnte ich da besser... Ja, bringen mir Tennisplätze denn mehr? Auch nicht wirklich. Sind auch nicht voll ausgelastet. Ich meine, man sieht ja, was die einbringen können hier im Kaufbildschirm. Surfverleih würde mir 2.500 einbringen. Kostet mich 1.500. Also wäre der Gewinn, wenn das voll ausgelastet ist, bei 1.000. Ist nicht so viel. Swimmingpool würde mir 5.000 bringen. Tennisplatz bringt mir 3.000 maximalen. Bolzplatz für Fußball nur 500. Surfverleih 1.000. Beachvolleyball 1.000. Wellenbad würde mir schon 40.000 bringen. Da können 200 Urlauber drin sein. Das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Ich bleibe bestens mal bei den kleinen Sachen. Die Palmbar ist gut ausgelastet. Das gefällt mir. Wir haben auch gute... Unsere Hotels sind auch gut besucht. Und die Parks machen gerade so mal 40 Mark Gewinn. Die beiden. Dieser Park hier macht 80 Gewinn, weil da... Hier sind 115 drin und hier 114. Weil das eine ungerade Zahl war, wird das halt auf einen... Kriegt einer halt einen mehr. Einen Urlauber mehr. So, die Villa ist auch fertiggestellt. Dann kommen hier auch mehr Leute rein. Die Baustelle ist beendet. Der Shop ist nicht ausgelastet. Aber bringt mir auch schon 10.000 ein jetzt. Der Radverleih bringt mir auch 15.000 schon ein. Und da fahren die ersten Leute. Die fahren kreuz und quer. Die fahren auch mal zum Müllhaufen oder so. Das ist vollkommen egal, wo die langfahren. Das ist bloß eine grafische Darstellung, dass man halt Fahrräder verkauft. Oder verleiht, besser gesagt. So. Okay, Gebäudeübersicht. Ich werde nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Hat sich jemand bei mir eingenistet? Tatsächlich. Da oben hat sich einer eingenistet. Igitt. Ich will ihn sabotieren. Aber das ist nicht gut für meinen Ruf, wenn ich Leute sabotiere. Aber das ist schlecht, dass er jetzt da ist. Das gefällt mir gar nicht. Ich könnte es ja so wie ein Transport-Tycoon machen und ihn einfach mit Straßen dicht pflastern. Holiday Island. Einige Architekturbüros bieten ab sofort neuartige Luxusvillen an. Ja. Je mehr die Zeit voranschreitet, desto mehr Gebäude kriegen wir. Das passiert automatisch. Man muss nichts forschen oder so. So, ich maue den mal. Habe ich die Straßen für ihn jetzt gebaut? Äh. Was für ein Penner. Ich sage, das wären jetzt meine Straßen. Bei Transport-Tycoon ist das so. Vielleicht soll ich mal speichern. Ähm. Beispielstand GBF LP. So. So, die Villa ist sofort besetzt und bringt mir schon mal wunderbare 10.000... Ne, 9.500 glaube ich einmal. Ja, 9.500. Häuser und Hotels sind unterschiedlich. Man sollte von beiden was haben. So, mein Ratschlag. Ich muss mir wieder ein bisschen mehr Geld leihen. Okay, jetzt können wir aber auch eine Luxusvilla bauen. Da können schon zwölf Urlauber drin sein. Ja, die Häuser nehmen viel Platz weg. Können nur wenig Leute drin wohnen eigentlich. Aber, äh, sie bringen auch gut Geld ein. Ich lasse meist ein bisschen Abstand zwischen den Häusern. Weil, ähm, das den Leuten gefällt. Jetzt habe ich wieder zu wenig Geld, um das zu bauen. Ich brauche 50.000 für so eine Luxusvilla. Das ist halt Luxus. So, okay. Das könnte schlimmer aussehen. Jetzt werden hier Luxusvillaen gebaut. Flughafen und Kraftwerke und Kläranlagen machen auch noch keinen Gewinn. Ja, und dafür brauche ich halt noch mehr Hotels, weil das sind die Gebäude, die die Urlauber reinbringen, die Masse an Urlaubern, während die Luxusvillen nur wenig Leute anlocken, aber dafür schnell gefüllt sind. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man, man muss immer ein Gleichgewicht finden zwischen all diesen, diesen Bereichen hier. Zum Beispiel der Fahrradverleih ist jetzt ausgelastet. Aber ich werde noch keinen neuen Fahrradverleih bauen. Das mache ich erst, nachdem ich ein neues, ähm, Hotel gebaut habe. Was mein nächster Schritt oder Plan ist. Sie haben nicht genug Geld. Dann leihe ich mir ja noch was, solange ich das noch kann. So, ich muss mir noch ein bisschen Geld leihen. Für ein drittes Hotel. Auch wieder nah am Strand bauen. Man kann das sogar manchmal so ein bisschen auf diesen Schrägen bauen, weil dann wird so ein Fundament erzeugt. Ich bin natürlich auch mit der Straße verbunden. So, dann werden wir ein paar mehr Leute haben. Dann werden die Parks besser gefüllt. Die Palmbars sind ausgelastet. Okay. Es gibt noch was Besseres als eine Palmbar. Es gibt die, ähm, oh. England. Laut einer Pressemitteilung von Premier Minor steht der Verkauf von Stonehenge bevor. Okay, ich sollte mir jetzt Geld leihen. Ganz einen Haufen. Weil das wird gleich verkauft. Und das ist eine Attraktion, die man nur einmalig bekommen kann im Spiel. Und Stonehenge will ich auf jeden Fall haben. Ich hoffe mal, die anderen bieten nicht so viel mit. Wenn man nur alleine spielt, dann hat man das Problem nicht. Da muss man nur einmal bieten und dann hat man das schon. Aber hier habe ich ja Konkurrenz. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung. Oh, was macht die Konkurrenz? Baut vor allen Dingen Willen. Und ein Juweliershop. Ja, das ist... Er macht Verlust. Er macht Verlust, der Patrick. Da bin ich auch mit einverstanden, dass er Verlust macht. Da habe ich nichts dagegen. Ach, die Musik. So, was ich bauen wollte, bevor diese Meldung kam, war nämlich, was viel Geld einbringt, und zwar ist es die Cocktailbar. Und die baue ich, ich weiß nicht warum, immer meist so in der Nähe vom Strand. Man kann die auch... Ne, man kann die nur am Strand bauen. Okay. Also, hier werde ich eine Cocktailbar hinsetzen. Einen Vater hinpappen. Dann können die Leute vom Hotel sich eine Cocktail schnappen und dann zum Strand gehen. Und ich sehe ja, dass meine Nahrungsversorgung, meine Gaststätten momentan ausgelastet sind. Das sehe ich ja hier. 100% Auslastung. Hotels noch nicht. Der Laden auch nicht. Sport auch nicht. Die Attraktionen sind... ausgelastet. Also brauche ich Attraktionen. Aber die Stonehenge ist auch eine Attraktion. Und wenn ich das ersteigert habe, dann werden da eine ganze Menge Leute reinwandern. Gebaut. Das dauert noch 19 Tage für die Cocktailbar. Ich hätte auch eine Palmbar bauen können, weil die bringt mir bei voller Auslastung auch 40.000. Aber eine Cocktailbar bringt mir bei voller Auslastung 90.000. Und das ist schon ein Unterschied. Also man muss schon wirklich wissen, oder möglichst die Gebäude bauen, die viel Geld einbringen. Es gibt so diese Anfangsgebäude wie den Eisstand, den Hotdogstand und so. Aber die bringen wenig ein, kosten natürlich weniger im Bau und sind nach einer Woche fertig gebaut. England, die Regierung hat beschlossen zu starten. Okay, Auktion starten. Okay. Ich biete mal 40.000 mehr. Das ist mein Gebot. Mal gucken, ob jemand einsteigen will. Ich habe 2 Millionen. Patrick bietet mit. Barbara bietet mit. Sigrid bietet mit. Ich biete mit. Zum Ersten. Zum Zweiten. Komm. Ich habe den Zuschlag erhalten. Wir können jetzt Stonehenge bauen. Haben mich zwar eine Million gekostet. Aber gut. Irgendwann, für Aufsehen sorgt heute der Abtransport der Stonehenge-Anlage. Ja. So. Und jetzt können wir von Attraktionen her, können wir das bauen. Kostet allerdings nur 10 Mark. Da wir den Preis ja schon bezahlt haben, so gesehen. Und es können 600 Urlauber da drin sein. Unterhalt kostet mich allerdings 30.000. Ich werde das mal direkt hier bauen. Und ist auch gleich fertig. Beim Stonehenge. Und jetzt verteilen sich die Attraktionen-Besucher, verteilen sich jetzt auf die Attraktionen, die ich schon habe. Was war das überhaupt? Äh, die Strandkörbe. Strandkörbe und eben Stonehenge. Ich glaube nicht, dass Stonehenge voll besetzt sein wird. Vielleicht muss ich dann die Strandkörbe abreißen. Damit Stonehenge mir zumindest Gewinn einbringt. Ich könnte auch wieder einen Kredit zurückzahlen, der ich gerade. Nicht, dass ich da Zinsen bezahlen müsste, aber ich arbeite gern so, dass ich sehe, dass ich nur wenig Geld habe, damit ich nicht in Versuchung gerate, zu viel zu schnell zu bauen. Was ich zurückzahlen kann, das mache ich dann in der Regel. So, die Cocktailbar ist fertig. Mal sehen, wie die Auslastung jetzt ist von den Palmbars und dem Cocktail. Weil die gehören alle zur Gaststättengruppe. Und momentan haben wir, wenn wir auf die Insel klicken, haben wir 271 Urlauber. Und die Qualität der Insel ist 81%. Ich weiß nicht genau, wie sich der Wert zusammensetzt. Entweder aus Grünflächen, wie schön das da ist, wie viele Müllkippen wir haben, wie viele Kläranlagen wir haben. Und ich finde das immer ein bisschen schwer zu sagen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann Palmen bauen. Die kosten mich nur 100 Mark. Und die setze ich mal überall hier so hin. Ich glaube, das erhöht den Schönheitswert der Insel auch noch ein bisschen. Wenn ich über ein paar Palmen hinpflanze. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Stonehenge ist noch nicht aktiv geworden. Da warte ich wieder auf den Aktualisierungsintervall, genauso wie bei der Cocktailbar. Aber, man sieht, ich habe schon wieder Gewinn gemacht. Gerade war ich bei unter 100.000, jetzt bin ich schon fast wieder bei 200.000. Man sollte alle Gebäude im grünen Bereich halten. Und eben die Ausgewogenheit herstellen. Ich könnte auch einen Fahrradverleih weiterbauen. Einen zweiten. Und es ist egal, fast wo man den hinsetzt. Die Leute kommen da schon irgendwie hin. Ich hatte es auch mal einmal getestet, dass ich den Fahrradverleih und all diese Gebäude weit ab von den Hotels gebaut habe. Also auf einer ganz anderen Seite der Insel. Und das nur mit einer Straße verbunden habe. Und das war trotzdem voll ausgelastet. Also, ich glaube, Entfernung spielt nicht so eine Rolle. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Wie gesagt, das Spiel ist für mich undurchsichtig. So, die Cocktailbar ist zu 64% ausgelastet. Die Palmbars allerdings weiterhin zu 100%. Entweder wurde das noch nicht aktualisiert. Oder ist es wirklich so, dass es unterschiedlich ist. Die Cocktailbars sind unterschiedlich von den Palmbars. Und das ist eben so die Frage. Eigentlich gehören die beide zur Gaststättegruppe. Und da müsste sich ja eigentlich die Urlauber genau auf alle drei verteilen. Aber aus ihrem Grund sind die Palmbars was anderes als die Cocktails. Also könnte ich vielleicht nochmal eine Palmbar bauen, denke ich gerade. Weil Haifischbar... Ja, würde mir 30.000 einbringen bei voller Auslastung. Aber das hier 40.000, das ist eine sichere Bank. Die Palmbars, finde ich, sind immer eine sichere Bank. Ich baue doch mal eine hin. Nö, was ist passiert? Jungen, was ist passiert? So, die Parks sind auch wieder ausgelastet. Die brauchen einen neuen Park. Ich baue mal den Realer Park. Kostet mich ja zum Glück nicht so viel. So, wir sehen jetzt unter anderem Stonehenge ist ausgelastet nicht ganz. Es fehlt noch 3.000 Mark ungefähr, damit das Ding zumindest keinen Verlust macht. Und die Strandkörbe sind auch im Verlustbereich. Das heißt, die werde ich mal abreißen. Jetzt werden sich alle Attraktionssüchtigen auf Stonehenge stürzen. Und ich hoffe, das wird dann zumindest keinen Verlust mehr bedeuten für mich. Ich habe wieder zu wenig Geld. Nein! Dann ist der Kram fertig. Ich könnte die Spielgeschwindigkeit mal wieder erhöhen. Ja, es gibt immer so Nachrichten, wo dann was versteigert wird, wo man informiert wird. Aber ich sage mal so, Stonehenge reicht mir erstmal. Den Rest brauche ich nicht unbedingt. Leih ich mir wieder Geld? Ein bisschen was. Allein um das Land hier urbarer für mich zu machen. Apropos urbar machen. Wir brauchen einen kleinen Strand für die Leute hier. Zumindest ein bisschen. Und das ganze Geld ist schon wieder verbraten für Landmaßnahmen. Stonehenge ist im positiven Bereich. Bringt uns 7.800 ein jetzt. Okay. Es wird eine Weile dauern, bis Stonehenge wirklich voll ausgelastet ist. Aber die Luxusvilla ist fertig. Mal sehen, wie viele Leute da reinkommen. Meine Hotels sind nicht ganz ausgelastet. Ich habe jetzt zwei Fahrradverleihe. Beide bringen gerade mal so Gewinn. Aber das sollten jetzt auch wieder mehr werden. Weil diese Luxusvillen ja auch besetzt werden. Und die leihen sich dann auch Fahrräder aus. Sportaktivitäten. Das ist voll ausgelastet. Da muss ich was machen. Und ähm... Mein Herz sagt mir, wir müssten vielleicht mal einen Mini-Golfplatz bauen. Da können 200 Urlauber rein. Genauso wie ins Wellenblatt. Wellenblatt? Bad? Ich baue das mal. So. Dann kann ich nämlich dann hier diese Surfstellen abkreisen, damit alle zum Mini-Golf hingehen. Das ist dann die sportliche Aktivität. Wir surfen nicht mehr. Übrigens, da wir Surfverleih haben, kommen auch so kleine Surfleute. Und surfen hier am Strand entlang. Hier können 200 Leute rein. Da nur 150. Vielleicht soll ich die Dolly-Parks austauschen. Später mal gegen Real... Realer-Parks. Und wir sind in einem negativen Bereich gelandet. Ups, ich kann nichts kaufen. Die Kläranlagen laufen jetzt mit 380 von 1.000. Die Luxusvillen sind belegt. Mit 11 von 12 Urlaubern bringt mir ein Gewinn von gut und gerne 10.000 jeweils. Stonehenge wird dadurch hoffentlich auch ein bisschen mehr besucht. Der Shop ist auch fast ausgelastet. Bringt mir gut und gerne 20.000. Shops sind immer gut für Geld. Der Flughafen ist noch nicht im positiven Bereich. Wie viele Urlauber haben wir hier? 410. Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, die vom Gegner werden mitgezählt. Das ist natürlich nervig. Patrick. Der Penner. Ich werde noch kein Geld nutzen, um ihn zu sabotieren. Das kommt vielleicht später. Man kann verschiedene Sachen machen. Man kann Piranhas in einen Pool lassen. Man kann Gebäude in die Luft sprengen. Aber das kostet mich 2 Millionen. Stinkbomben kostet mich nur 100.000. Aber, naja. Hightaucher 300.000. Ratten 20.000. 200.000. Schmierseife 1 Million. Bauzeit verringern 100.000. Rufmord 500.000. Und Straßen entfernen 1 Million. Also wie in Pizza Connection kann man hier so ein bisschen Terror bei der Konkurrenz machen. Aber das ist nicht gut für unseren Ruf. Und der Ruf ist nicht ganz unwichtig. Und da ich jetzt... Nein, die Meldung hatten wir schon mal. Konkurrenz habe, muss ich darauf achten. Aber wir sind an oberster Stelle, was unseren Ruf angeht. Auch wenn er gerade sinkt. Aber positiv ist positiv. Und die Cocktailbar ist auch fast voll ausgelastet. Und bringt mir fast 90.000 ein. Yeah. Ein Hoch auf die Cocktailbars. Die Pinebars sind auch gut ausgelastet. Bringen wir 20.000. Und Minigolf wird in 32 Tagen fertiggestellt sein. Also der Trick des Spiels ist eigentlich, die Gebäude zu bauen, die viel Geld einbringen. Und eben auf die Auslastung der verschiedenen Bereiche zu achten. Weil nur dann geht es weiter. Das ist wie so ein Meilenstein, den man dann durchbrechen muss. Man kann zum Beispiel ganz viele Hotels bauen und alles gut haben. Aber wenn man vergessen hat, Fahrradverleihe zu bauen, dann geht es einfach nicht weiter. Und die meisten Gebäude stehen leer. Die wollen ein Angebot haben, die Urlauber aus jedem Bereich etwas. Und wenn irgendwas davon nicht so, wenn da nichts davon ist oder zu wenig, dann geht es auch in den anderen Bereich nicht weiter. Also man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Leute einfach nur was essen oder trinken wollen. Die wollen auch Sport haben, die wollen auch Attraktionen haben. Die wollen was einkaufen können. Das muss man alles. Und natürlich wollen sie irgendwo wohnen können. Möglichst am Strand. Das muss man alles berücksichtigen. Muss man alles abdecken. Und dann geht es... So funktioniert das Spiel eigentlich. Und das ist eigentlich gar nicht... Ist nicht mal so schwer, aber darauf muss man erstmal kommen. So, Sport zum Beispiel ist momentan voll ausgelastet bei mir. Also da muss ich jetzt was machen, sonst geht es nicht weiter mit den anderen Bereichen. Aber dazu habe ich ja Mini-Golf gebaut. Wieso zählt Mini-Golf als Sport? Ganz ehrlich. Mini-Golf? Hey, Stonehenge ist schon im grünen Bereich. Gut. Da hat man noch so einen kleinen Schläger und puttet da so ein paar Bälle in so Löcher und das war's. Das ist nicht gerade so anstrengend wie Tennis oder Sport, aber das ist egal für die Leute. Es ist nur wichtig, dass es eine Sportstätte ist. Was man da genau macht, ist für die Urlauber egal. Hauptsache es gilt als Sportanlage. Können auch das Wellenblatt nehmen. Das Wellenblatt ist nur schlechter in der Hinsicht. Es bietet mir maximal 100.000 Umsatz und 60.000 im Unterhalt. Also machen wir maximal einen Gewinn von 40.000. Aber bei Mini-Golf ist es 50.000. Genau der gleiche Umsatz, aber 10.000 weniger Unterhalt. Deshalb ist Mini-Golf eigentlich besser. Und das ist wahrscheinlich dadurch ausgeglichen, dass es 50.000 mehr kostet im Bau. Aber die Bauzeit ist auch geringer. Nur zwei Monate anstelle von drei. So, jetzt kommt ein großer Brocken. Jetzt kommt nämlich das Hotel zum Einsatz. Der Fahrradverleih ist auch gut ausgelastet. Und ich bin gespannt, wie der Mini-Golf sich schlägt. Die Cocktailbar ist voll besetzt. Mini-Golf sieht gut aus. Macht auch schon 20.000 Gewinn. Sehr gut. So, wo ist die Auslastung am höchsten? Worauf muss ich achten? Der Laden ist ausgelastet jetzt. Also müssen wir jetzt wieder einen Laden bauen, unter Einkaufsmöglichkeiten. Juwelier würde ich nicht machen. Juwelier ist mit das... Da kaufen wirklich nur die reichen Leute an, die feinen Pinkel. Und das würde ich erst machen, wenn ich so viel Gewinn habe, dass mir das nichts mehr ausmacht, wenn das Ding ein paar Monate Verlust einbringt. Ich bin gespannt, wie das Hotel sich schlägt. Ich werde den da ein bisschen Strand zur Verfügung stellen. Das muss immer ein Feld zumindest breit sein, damit sich diese Grafiken da ausbreiten können. Das soll erstmal reichen. Und was es auch gibt bei den Gebäuden, sind diese Sternchen. Hier zum Beispiel Hotel Platenia, 14 Sterne. Und hier sind es 17 Sterne. Auch bei den Villen ist es so 41 Sterne, 57 Sterne, 61 Sterne und 18 Sterne. So, das höchste, was ich jetzt habe. Und deshalb ist es auch voll ausgelastet. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie die Lage ist. Je höher diese Werte sind, desto besser ist die Lage. Und wenn ich die weiter im Inland bauen würde, wäre das wahrscheinlich nicht so doll, weil die Leute wollen ja an den Strand. Und diese kleinen Grafiken von den Leuten, die am Strand liegen, breiten sich nur von diesen Gebäuden aus. Das heißt, wenn ich das im Land bauen würde, und die keinen Strand in Fünffelderradius haben, dann können die sich ja nirgends hinlegen. Und dann haben sie ja Urlaub auf dem Land sozusagen und nicht auf einer Insel. Im Großen und Ganzen zieht man eine Kette von Hotels und Villen um diese Insel herum. So habe ich das zumindest gemacht. Und baue keine Gebäude, oder die Gebäude, die dann die Leute erfreuen, wie Parks und Sportanlagen und all das. Das alles verbaue ich dann ins Inland. Also die erste Schlachtlinie sozusagen sind die Gebäude, die Hotels und Villen. Und danach kommen die Unterhaltungsgebäude. So, da wird ein Shop gebaut. Sport. Surfer-Light kann ich auch weiterlaufen lassen, zumindest ein Gebäude davon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute ganz froh sind, dass sie zumindest ein bisschen surfen können. Außerdem kriege ich dadurch die wunderbaren Surfer hier am Strand. Was dann natürlich schick aussieht. Warum sind jetzt weniger Leute hier drin? Ich habe sicher wieder irgendwo einen Engpass. Palmbar und Cocktailbar natürlich, okay. Ich werde noch eine Cocktailbar hier hinbauen. Ich habe das eigentlich in der Regel so, dass ich eine Cocktailbar pro Hotel habe. Eine Cocktailbar pro Hotel. Das kommt eigentlich in der Regel ganz gut hin. Shampoos Bar ist genauso wie Juwelier geladen. Das ist nur was für die reichen Leute. Und davon habe ich noch zu wenig. Der Waterburger fasst 200 Urlauber und bringt mir 120.000, wenn ich das voll auslaste. Ich weiß nicht, ob ich da schon bin. Ich glaube, ich werde erst mal bei der Palmbar bleiben. Übrigens, Palmbar und Haifischbar sind sich relativ ähnlich. Nur die Haifischbar ist erstens teurer. Kostet 20.000 mehr. Ja, und der Umsatz ist auch nochmal um 10.000 geringer. Also ich weiß überhaupt nicht, warum man eine Haifischbar bauen sollte. Dann baue ich doch lieber noch eine Palmbar. Der Waterburger kommt auch nochmal. Keine Sorge. Ich kann einen Kredit zurückzahlen. Und auch die Kläranlagen sind jetzt, hey, wir haben 500 Urlauber und das ist genau die Hälfte. Und dementsprechend haben wir jetzt zumindest keine Kosten mehr. Und wenn ich noch mehr reinhole, mehr Urlauber, dann werde ich auch Gewinn machen mit den Kläranlagen. Man kann auch die Preise ändern von diesem Kraftwerk, weil das wird den anteilig berechnet, den Urlaubern. Momentan kann ich es nur senken, das ist schon auf Maximum, aber dann würde ich schon wieder im negativen Bereich sein. Den Preis zu senken ist gut, den zu steigern ist natürlich gut dafür, dass, wenn man mehr Geld haben will, logischerweise. Aber wenn man den senkt, dann sind die Leute viel eher gewillt in das Gebäude reinzugehen. Und es erhöht den Ruf. Es ist auch gut für den Ruf. Aber im großen Ganzen lasse ich das einfach auf dem Standardwert, dem Mittelwert. Weil das ist der Mittelwert und daran kann ich mich am besten orientieren. Wenn mal was nicht läuft. Übrigens, der Fahrradverleih ist voll ausgelastet. Vielleicht sollten wir jetzt mal einen Jeepverleih bauen. Aber das ist für mich momentan noch das Geld. Dann fahren hier Autos rum. Jeeps. Ich bin gespannt, wie sich hier die zweite Cocktailbar schlagen wird. Die beiden Shops sind auch im Positiven, aber nicht so viel, dass es gut wäre. Es ist eher schlecht, die sind gelb. Stonehenge wird gut besucht. Und die Cocktailbars sind eher im Positiven, aber es sollten noch mehr kommen. Mal sehen, was die Palmbar macht. Mini-Golf ist noch nicht ausgelastet. Surfen hingegen schon. Das meine ich, es gibt irgendwie Unterschiede, obwohl die in derselben Kategorie sind. Eigentlich müsste Surferlei jetzt ja auch genauso grün oder gelb oder rot sein wie Mini-Golf, aber dem ist irgendwie nicht so. Das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Die Parks sind auch voll ausgelastet. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja, lass mich mal kurz in Ruhe. Bilanz-Man. Ich leine mir wieder Geld. Ich könnte auch einen 3x3 Feldgroßen Quark bauen. Park meine ich. 3x3 Feldgroß. Das kostet mich 100.000. Und fast 300 Urlauber. Das nimmt natürlich eine ganze Menge weg. Aber dann wird Bauplatz frei von diesen Parks hier. So, Fahrzeugverleih, Jeepverleih. Dann werde ich auch ins Inland verfrachten. Mal sehen, ob wir schon genug Leute haben, die einen Jeep leihen wollen. Die Palmbars sind nicht ganz ausgelastet. Machen noch Gewinn, aber sind nicht ganz ausgelastet. Hey, wir machen Gewinn mit den Kläranlagen. 200 Mark. Ich mache schon mal wieder Platz für die... Platz für die... Für ein weiteres Hotel. Kein Geld mehr. Mann, ich bin 17 Millionen im Minus. Ich muss besser aufpassen. Ich glaube, ich gehe zu schnell voran. Hier ist unser Ruf. Oh, der von den anderen ist schon besser. Vielleicht sollten wir anfangen, Werbung zu machen. Sehr wenig Werbung. 19.700 kostet mich das dann im Monat. Aber zumindest machen wir etwas Werbung für unsere... Für unseren Park hier. Für unseren Theme Park. So, Holiday Island. Wie geht es der Konkurrenz? Er hockt hier irgendwie fest, habe ich den Eindruck. Hm. Ich habe auch schon einen Fahrradverleih gebaut. Und baut eine weitere Villa. Villen wären auch mal wieder gut. Und jetzt brauche ich doch mehr Geld. Ich kann mir nicht ständig was leihen. Ich könnte. Aber warten wir erstmal ab, bis... Wie sich die Jeeps schlagen. Auslastung erst bei 400 erreicht. Momentan habe ich ja so ungefähr... 300, vielleicht 400. Ja, das würde gerade so hinkommen. Dann werde ich wahrscheinlich einen Bikeshop wieder abreißen. Einen lasse ich da. Und, ja, das Ding macht Verlust. Und zwar ordentlich. Das ist nicht gut. Der Park ist ganz gut besucht. Ich werde mal den da abreißen. Und das Fahrradgeschäft. Damit sich die Ausleiher auf diese Bereiche hier jetzt besser verteilen. Dann habe ich hier Baufläche. Wie ist die Inselqualität? Die ist bei 42%. Hm. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber zu viele Straßen. Das Hotel ist ausgelastet. Okay. Wie ist es mit der Auslastung jetzt? Äh... Häuser... Okay. Da geht auch noch was bei den Hotels. Essen haben wir genug. Läden genug. Surfer-Light-Tennis-Platz. Stonehenge. Einen Engpass vermag ich höchstens beim Sport zu verzeichnen. Anscheinend ist Minigolf doch nicht die Lösung. Aber was bringt mehr Tennis? Ja, Tennis bringt mehr als Surfen. Dann kriegt ihr halt einen Tennisplatz. Beach Volleyball bringt verdammt wenig. Aber es fasst zumindest 100 Urlauber. Während der Tennisplatz nur 50 fast. Aber das ist für mich auch besser. Weil wenn so viele Leute in Beach Volleyball reingehen. Dann bringt das erstens weniger Geld. Und zweitens könnte es sein, dass dadurch die anderen Gebäude auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Weil das sich ja wieder auf alle Sportanlagen verteilt. Das verteilt sich alles. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen Werbung gemacht. Hat mir das geholfen? Anscheinend nicht. Der Ruf singt. So, Jeep Verleih. Komm in die Puschen. Ich könnte den Preis... Hey, die ersten Jeeps fahren hier rum. Und die Fahrräder sind jetzt alle verschwunden. Ne, doch, da sind noch welche. Die werden wahrscheinlich jetzt platt gefahren. Ähm. Ich könnte natürlich den Preis senken von Jeep Verleih. Dann würden da mehr Leute reinkommen. Aber ich mache natürlich dann trotzdem weniger Gewinn. Darum geht es ja eigentlich hier. Es geht um Gewinn. Ich will Geld machen. Die Cocktailbar ist dann noch positiv. Sehr schön. Kommt schauen. Leid euch Autos. Der Flughafen ist übrigens auch im Positiven gelandet. Für 2000 nur, aber immerhin. Wir können noch 100 Urlauber akzeptieren auf unserer Insel. Wir fordern hier uns um einen Hafen oder einen weiteren Flugplatz. Ich werde da wahrscheinlich Häfen bauen, Gedanken machen müssen. Apropos Hafen. Wäre es nicht schick, hier einen Hafen zu haben? Ich meine immerhin, die Urlauber sind hier. In den Luxusvillen. Das ist auch gut für den Jeep Verleih. Ich glaube nur, die reichen Leute holen sich so ein Jeep. Nein, lass ich mal. Die Parks. Der Dolly Park kann, glaube ich, auch weg. Ein großer Park. Und dieser Park werden das auffangen. Das ist jetzt doof, dass der Jeep Verleih nicht mehr bringt. 500.000 für eine Luxusvilla. Hui. Mini-Golf. Alle wollen Tennis spielen. Vielleicht wollen sie aber auch ins Wellenbad. Vielleicht zählt Wellenbad mehr zu Tennis als Mini-Golf zu Tennis zählt. Ich könnte ein Wellenbad errichten. Ein bisschen entfernt davon. Ja, okay, machen wir. No risk, no fun. Okay, ich leih mir noch mehr Geld. Das nützt alles nichts. Noch ein Hotel. Oder Villen. Viel Geld kann ich mir nicht mehr leihen. Ich baue die Villen mal ein bisschen mehr im Inland. Okay, jetzt bin ich bei 19 Millionen. Ich baue sie auch nebeneinander jetzt. Ich habe nicht so viel Baufläche hier auf dieser Insel. Ich mache das vor allem deshalb. Weil ich ja hoffe, dass dann mehr Leute in den Jeep Verleih gehen. So, das soll erstmal reichen. Steht natürlich nicht ganz am Strand. Ist natürlich nicht so super. Sie haben nicht genug Geld. Ich kann mir jetzt nur noch eine Million leihen. Ne, 500.000 nur noch. Also müssen wir wohl ein bisschen warten, bis das hier alles wieder grün wird. Okay, ihr wollt Fahrräder? Dann kriegt ihr Fahrräder. Und wir fahren, dann gibt es schon mal ein paar. Ich nehme mir immer noch ein paar. Und ichobe, wir fahren mal einfach. Ich nehme ein paar Bocippar. Ich glaube das neue電ent Яn. chil'���oon sogar. Leinre – ich sev. innen durch. Es läuft. Vielen Dank.